Servus und willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, heute werden wir definitiv wieder an der Base rum basteln. Ich habe schon für mich selber festgestellt, dass ich hier einen kleinen Denkfehler hatte, weil ich wollte ja eigentlich hier nach oben gehen. Ja, macht natürlich keinen Sinn, weil die sollen ja einfach sozusagen drum rum laufen. Also die sollen so rein laufen. Dann sollen sie auf die Treppe laufen, dann sollen sie hochlaufen, dann sollen sie rüberlaufen und dann nochmal hochlaufen und dann Richtung Base. So habe ich mir das gedacht. Also ich habe jetzt nicht viel falsch gemacht, aber ich muss auf jeden Fall das hier anders denken. Und ich muss jetzt halt, also wie gesagt, es wird ja auch noch alles mit Steinen gemacht und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall auch genügend Essen und Trinken. Das heißt, wir können auf jeden Fall jetzt die ganze Nacht sauber durchbauen. Wie gesagt, das ist jetzt halt der wichtigste Aspekt hier. Der muss stehen, der muss sauber sein, der muss sitzen, weil das ist sozusagen der Anfang von allem. Ob jetzt die äußere Mauer steht, ist schnuppe. Es muss nur die Treppe richtig stehen. Es muss soweit alles schon mal vorgeplant sein, weil davon hängt alles ab. Weil wie gesagt, da kommen dann die Blutmond-Flachtbank hin. Interessant wird es ja auch für mich, wie gesagt, ich habe auch Ruhe, höchstens zwei Blutmondes, ich bin jetzt immer wieder nur getestet, wie es dann weitergeht. Das kann ich noch ganz böse überrascht werden von den Tempeln her. Also wie gesagt, Material bin ich mir sicher, dass ich da ziemlich schnell nach oben wandere. Aber, ähm, bin mir auch ziemlich sicher, dass ich, ähm, bei einigen Sachen, äh, gar nicht erstrande denke. Und dann ich, äh, meine Exit-Strategie hoffentlich so weit, äh, richtig geplant habe, dass es, ähm, mir nicht an den Kragen geht. So, was ich auf jeden Fall dran denken muss, ist jetzt, ich werde jetzt erstmal eine Reihe nach der anderen nach unten gehen. Ja, man merkt jetzt trotzdem schon, dass ich Stufe 1 bin. Wie gesagt, ich werde jetzt auch schauen, dass ich da bin. Ja, toll. In Deutschland. Momentan auch so, die ganze Zeit, also, äh, tagsüber einigermaßen vernünftiges Wetter. Also, ich hab's gesagt, so ein richtig typisch deutscher Sommer. Also, so kennt ich's auch noch von der Kindheit her. Dass man sagt, ja, du hast, du hast tagsüber so einigermaßen schön an, so angenehmes Wetter. Man kann draußen, man kann sich draußen aufhalten, man verbrennt nicht, sozusagen. Ähm, und abends, abends kommt dann meistens so ein kleines Gewitterchen. Okay, die sind nicht mehr wie früh. Das ist der Wahnsinn, was da an Wasser runterkommt. Das ist der Wahnsinn. Wenn man gesagt hat, ich muss früher, wenn man die Autowelle gefahren, jetzt fällt man raus. Ähm. Aber, ähm. Ja. Dann hat man halt am Abend einen kleinen Regenschauer. So. Und am nächsten Tag geht's von vorne los. So ist es ja auch. Ich drehe nicht mal nachts. Also, das heißt, ich friere, ich friere, ich friere, ich friere was weg. So, apropos wegfrieren. Ähm, primitive Handschuhe. So, das heißt, ich muss, äh, B-Tüten für den, für den kleinen Mann hier. Ziehen wir mal dir schnell das aus und zerlegen's. Tüchen an. Juhu. Bin dir froh, dass du nicht bei, äh, beim Discounter warst und, äh, dir da eine Tüte übergezogen hast, ne? Schau dir ja überhaupt nicht. Brr, wie schaust denn du aus? Wui, 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 wui. Dieser Knoskenspenst. So, wir sind jetzt, glaub ich, auf Schreinebene. Ich, äh, seh dir schon wieder, dass der Sand ist. Das ist toll. Ich bin wieder eine Eisenader oder was auch immer, Ader. Okay. Ah, Eisenader, toll. Also, wenn ich jetzt eine Eisenader gewollt hätte, ne, hätte ich jetzt keine gekriegt, aber ich, weil ich jetzt Stein brauche. Nein, ich muss jetzt natürlich eine Eisenader finden. Soll ich ja immer sagen, am letzten Test, was genau so, trebst irgendwo am, ob er es der Welt, ne? Und was findest du denn? Okay, ne, ne, Erzader. Ich hab jetzt da nichts dagegen, dass ich jetzt hier auch Eisen finde, ne? Aber, erstens, man klopft länger, zweitens, ich hab noch nicht den Skill dazu, wenn ich sagen kann, okay, ich krieg da jetzt maximal raus. Ich hab eine Besuchergruppe bekommen. Was hab ich da hinten schon erschlagen? Verdammt, der Gangster ist der einzige, wo ich nix hab. Ja, toll. Was hab ich denn bekommen? Ich hab Öllanschette Band 1. Oh, Honig. Ich habe herausgefunden, dass ein Honig natürlich ein Antiochum ist und die meisten ekligen Infektionen halten kann, die du bekommen kannst. Ich habe mir einen kleinen Trick angeeignet, wie man ein bisschen aus Räumen sammeln kann. Das ist super. Und ich krieg ne 44. So, jetzt muss ich halt mal schauen. Jetzt muss ich mir auch noch Pfeile herstellen. Weil, das ist mir zu unsicher. Weil, die nehmen Geschwindigkeit auf. Ich werde mit. Nein. Ich bin zu knifft, beide zu treffen. Ja, natürlich treffe ich die hintere, nicht die vordere. Hallo. Hallo, Big Mama. Was willst du von mir? Geh weg. 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 Das ist sehr schön. Und jetzt kriegst du dich. Geh weg. 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 Und ich bin ein Level ab. Sehr schön. Das heißt, mein Level ab. Wo ich gleich in die Hauptader reinstecken. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Zeit nur von komischen Leuten hier abgelenkt. Man darf nicht bauen. Die wissen schon, was sie machen. Die sagen sich, ja, wir werden den jetzt ablenken, dass der es nicht schafft. bis zu Tag 7 die Base soweit fertig zu kriegen, dass ich keine auf dem Hirn kriege. Aber wie gesagt, das Eisen ist wichtig. Wir brauchen auf jeden Fall eine Forge. Eine Schmiede. Aber wenn ich die nicht zusammen kriege, dann wird es eklig. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich habe doch da hinten was gesehen. Ist da hinten nicht ein großer Stein? Nein, ich sehe gerade. Hier ist das Eisen. Oh Gott. Ich meine, muss ich sowieso wegziehen. Dann baue ich den jetzt von oben nach unten ab. Wie gesagt, ich versuche so viele Quests zu machen, wie es nur geht am Anfang. Aber auch der Anfang ist sehr viel Basebau bei mir. Erstens ist es Leveln. Zweitens, wie gesagt, wenn man sich jetzt anschaut, das ist ja nicht wieder 150 XP. Ich baue 100 Steine auf. Aufwerten bringt ja viel mehr. So, ich muss nur aufpassen, dass ich das richtig mache. Ich weiß nicht, dass ich dann wieder alles aufbaue und dann merke, dass es kein Minecraft ist und es hier Physik gibt. So, der ist schon vermisst. Die zwei auch. So, eigentlich geht es hier nach unten. Das heißt, wir machen das jetzt hier auch nicht. So, dann heißt es für mich die nächsten 50 Blöcke. So, das war es jetzt für mich. Also, ich muss jetzt eigentlich hier oben. So, das ist jetzt. Na ja, eigentlich. Eigentlich hier Treppe 1. Ne, hier Treppe 1. Hier davor. Hier Treppe 1. Hier Treppe 2. Hier Treppe 3. Hier 4. Hier 5. Hier 6. Okay. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal hier eine Reihe. Okay. Na klar, ich werde gleich zum Lagerfeuer müssen. Ich brauche was zum Essen und zum Trinken. Genau. Wo war ich gerade? Mir fällt es gerade wieder ein. Ich habe doch da schon wieder über ein Thema geredet, wo ich weiterreden wollte. Und zwar. Also, ich versuche schon so viel wie möglich mit der Base zu machen. Äh, mit, 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 mit. Damit zu machen, dass ich halt genügend Sachen hier heranschaffe. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, ähm, das Wichtige ist eigentlich, dass wir auf jeden Fall auch genügend Zeit einplanen, um die Base zu machen. Also, das heißt, wenn ich jetzt merke, äh, es gibt noch hier so viel zu tun, dann kann es dann sein, dass ich, äh, Tag 5 und 6, äh, gar nicht mehr mache, sondern halt schaue, dass ich die Base baue. So. So. Und ich sehe gerade, ich habe hier noch eine Kiste. Die öffnen mir mal. Das heißt, Riffle World. Da kriege ich zwei Bücher. Äh, selbstgeber oder das Gewehr. Was haben wir hier? Big Hitters. Oh, das, das ist schön. Das freut mich. Und nochmal Tool. Gut. Das heißt also, meine Stein, Äxte und Schaufel und auch der Holzknüppel verschwinden. Den nehme ich gleich mit runter. So, das heißt, wir brauchen eine Steinart. Wir brauchen ein Holzknüppel und wir brauchen eine Schaufel. Dann haben wir schon mal wieder alles 3. Und das Wichtigste ist eigentlich mit dem da. Das geht erstmal in den, die, in die Keule rein. Verändern. Das heißt, das ist ein bisschen Haltbarkeit. Da kann ich länger jemanden auf, 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 auf den Kopf rum, äh, rum musen. Das ist doch viel angenehmer, ne? Ja. So, ich bin ja Gott sei Dank da hergekommen, weil ich was essen wollte. Ja, beziehungsweise gegessen habe ich sogar. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr doppelt, ne? Habe ich jetzt hier noch. Okay, das ist das Rührzeug. Also das Zeug brauche ich, um Viecher herzustellen. Dann trinken wir noch was. Und dann ischen wir nochmal Lamm und Hühnchen. Aber, dass ich so früh einen Ambuss habe, das ist auch, das ist auch mal schön. So. Dann weiß es jetzt für mich. Ich gehe jetzt hier hin. Die werden mir gleich drauf. So. Dann einmal die R-Taste gedrückt halten für die, die es nicht wissen. Und ich möchte eigentlich diese Stufen hier haben. Dann dreht man. Und wir machen uns gleich die nächsten 50 von diesen schönen Blöcken. Wie gesagt, da werde ich noch richtig Holz brauchen. Und auch noch richtig Stein. Wie gesagt, die Treppen können am Anfang erstmal aus Holz sein, das ist egal. So. Und ich hätte jetzt gesagt, das ist 2. Und ich hätte jetzt gesagt, das ist 2. 2. Dann 4. Dann gehen wir hier nämlich auch da rüber. Könnte ich sogar noch einen weiter gehen, aber nein. So. Und dann gehen wir auch hier nach unten. Und dann sind die nächsten 5 Blöcke weg. Jawoll. So. Und jetzt brauche ich auch Baugerüste. So. So. Das heißt, wir machen jetzt nochmal. Uuuu. Äh. Ich mache hier die Unterkonstruktion. Auflifeln kann man immer wieder. Ja. Und wenn man jetzt sieht, ne. Also man läuft halt hier ziemlich langsam nach oben. Und das ist ja auch das Wichtige. Die Zombies sollen ja langsam nach oben latschen. Äh. Nicht hoch. Äh. Rennen. Also die rennen ja auch hoch. Klar. Aber durch die Treppen werden sie schon mal auf jeden Fall verlangsamt. Und das ist halt sozusagen die Mechanik dahinter. Du willst halt, dass die lahmarschig werden. So. Und jetzt kann ich eigentlich das ganze Zeug hier alles auch hochleveln. Und gleich die nächsten 50 Baublöcke produzieren. Na also sozusagen, die sollen schon alle raufkommen. Die sollen ja alle vor die Keule laufen. Weil ich weiß jetzt nicht, ob man äh Punkte bekommt, wenn äh die sozusagen äh von externen Sachen zerlegt werden. Äh. So weit bin ich jetzt nicht mehr drin. Ich muss halt, ich muss nur aufpassen. Nicht, dass einfach mal ich einstürze, weil ich bin jetzt mittlerweile schon wieder so weit oben. Und dass ich mir mindestens die Füße breche. Ich habe gelernt, ich muss anfangen äh mit Sicherheitsblöcken zu arbeiten. Aber wenn ich es nicht mache, dann habe ich einen Malus ähm, den wo ich nicht brauchen kann. So. Also das heißt jetzt, ich laufe jetzt hier, also die laufen jetzt hier hoch. Ah. Für die, die wo jetzt ein bisschen äh zu viel Speed drauf haben, ne. Die haut es erstmal hier hinten gleich wieder runter. Die dürfen dann äh once more again please. Und dann geht es halt nochmal nach oben. Und dann sind es eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Da kommt jetzt nochmal eine Treppe hin. Sechs. So. Und dann sind wir auch schon ganz schön hoch, ne. Und das heißt, wenn die dann da runter plumpsen, ähm, dann ist das auch schön. So. So. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen ist, nochmal nach oben. Das heißt, ich brauche jetzt hier eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das ist jetzt mein Hauptteil und hier geht jetzt dann mein Haupt, meine Hauptwand runter. Ich will nur gerade belegen, ob ich hier eine Wand oder ob ich dann hier schon, nein, ich muss eigentlich noch mit einer Wand das machen. Also. So. 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 So lange der Block nicht äh, rot wird, ist alles gut. So lange der Block nicht äh, rot wird, ist alles gut. So. Bei rot wird gefährlich, weil dann liegt mir ein wenig was auf den Kopf. so ausfüllen kann ich immer noch irgendwann das ist jetzt schon mal das wichtigste dass wir das da haben also wie gesagt ja noch hin machen dass ich weiß dass es geht sehr schön das heißt die zombies wenn die kommen die können dann nur in die richtung laufen die müssen hier hoch wie gesagt hier kommt dann auch noch mal hin also dass dieselbe treppe das heißt sie können dann von links und rechts hier einmarschieren nach oben laufen nach ganz oben laufen und dann geht es halt los mit dem steg so was jetzt halt wichtig ist ich habe jetzt hier schon mal das gebaut also das wird auf jeden fall gerade bleiben da kommt natürlich noch mal rand hin das wird alles noch mal ein bisschen höher aber hier ist der ersten block wo die herrschaften drüber hüben müssen zum verlangsamen also die nächste der nächste schritt sozusagen zur verlangsamung des weges und für die intelligenten zombies unter denen ab jetzt wird es verengt von drei auf eine spur also das heißt die ersten werden hier dann schon mal runter krachen so dann heißt es wir haben jetzt hier drei ich habe das immer ohne stützen gemacht werde ich jetzt aber nicht jetzt muss ich mir das nur angucken was ich jetzt hier habe ist das hier ganz normal dabei oder ist das woanders ich brauche auf jeden fall einen kompletten block mit schräge da bräuchte ich am besten drei stück sims halterung mittig wie schaust denn du aus ja aber ich möchte dich eigentlich viel viel weiter haben ja nein ich will nichts jetten ich glaube nicht dass das hier dabei ist das müsste bei der schräge dabei sein genau rampe links rampe rechts und ich brauche die komplette rampe da ist sie schräge 60 neigung so dann müssen wir aber hingehen und sagen ich möchte jetzt bitte schon fortgeschritten drehen mal das muss es dann für mich heißen dass ich das dahin tue mal also nicht darum liebe ich diese blöcke dass ich die weg machen kann ich bin immer froh dass ich diesen diesen schönen blocken wenn ich 60 grad neigung den war doch den wo ich jetzt gerade genommen habe oder mal schnell schräge 1 das schlimme ist dass ich weiß ich weiß hundertprozentig dass ich da einen anderen block hatte der wo das gibt der wo das kann ich bin da wieder mal zu blind um den zu sehen den wollte ich nicht wie gesagt das macht nur sinn wenn ich jetzt eine dreispurige autobahn hätte aber ich habe eine was habe ich denn hier für eine möglichkeit gibt es habe ich dann einen da der wo die die mittig fortführt posten diagonal ich sehe da gar nichts sieht man da was da ja aber das ist doch was ganz anders ich bräuchte es ich bräuchte es sozusagen jetzt dann auch schräg schrägten links schnitzbalken rechts schnitzbalken mit posten mittig moment mal ja immer doch die schaut schaut auch nicht schlecht aus so das heißt jetzt dann nämlich langsam nach unten ja komm jetzt hierhin ich komme jetzt hierhin ich muss noch wie gesagt ich muss auf passen wie ich merke gerade tschüss dass ich das natürlich nicht dass ich das natürlich falsch gedacht habe muss natürlich viel einen tiefer sein so das heißt also noch mal nach oben dann kopieren wir den da in form und rotation aber ich kann jetzt so machen was uns kriegen andere nicht hin ok so ganz kommt das da 1 2 3 clever als doch noch mal als so schön ist jawohl die idee dahinter die will ich auf jeden fall noch bis zum letzten mal vergessen weiß ich jetzt habe ich hier nämlich eine 2 1 2 erbande drin so und jetzt habe ich dann hier nämlich noch mal 1 2 1 2 3 mein problem ist jetzt sieht man jetzt schon das ist sehr unstabili das ist sehr unstabili dann gehen wir nach oben wir müssen den der noch mal kopieren so dann haben wir jetzt sozusagen jetzt hier die den ersten bereich fertig das ist sozusagen der bereich verlangsamung also das heißt sie müssen jetzt erstmal nach oben laufen das heißt ich verlangsame hier auch wenn ich jetzt rennen also man braucht länger und dann müssen sie erstmal hopsen wie gesagt hier hüpfen sie schon mal ins leere ich vermute mal ich ich honke auch irgendwann so dann hüpfen sie hier das erste mal drüber dann müssen sie hier das nächste mal drüber und dann müssen sie hier das nächste mal drüber und dann geht es da sozusagen als nächstes dann auf die stange beziehungsweise auf dem posten ja das heißt jetzt dann auch wieder hier 123 es wird auf jeden fall viel interessanter den es dann zu machen und dann noch mal 123 und da möchte ich auch noch mindestens eventuell einen hüpfer mit drin haben dann machen wir das so ja aber ich möchte eigentlich schon dass das eine längere linie wird 222 dann machen wir das so und wenn hier nochmal dann posten nach unten versetzt und ich muss schauen dass ich stabil krieg den posten muss ich eventuell auch noch ein bisschen umgestalten weil so schaut es nicht schön aus wir wollen sie auch schöner haben so auf jeden fall habe ich dann hier hier kommt dann mein meine 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 kleine base hin die uns dann vor den zombies schützt so das ist jetzt 1 2 3 4 1 2 und auch hier 1 2 3 4 sind es jetzt 1 2 3 4 5 6 7 und dann haben wir jetzt auf jeden fall schon mal den bereich der jetzt als nächstes dann hoch gezogen werden muss da kommen auf jeden fall auch sehr viele stabile blöcke hin die müssen dann auch noch alle auf stein aufgewertet werden das heißt also da werde ich dann auch runter gehen bis auf das steinfundament die gehen bis nach ganz oben mit den mit den blöcken also da brauche ich auch noch sehr viel von denen da von den baublöcken machen wir gleich nochmal 50 weiß ich nämlich gleich ob ich noch holz brauche ja tonnenweise und und dann geht es halt sozusagen so wie es jetzt dann hier passiert ist ähm dasselbe spiel nochmal da drüben hin und da drüben kommt dann da wo jetzt schon sozusagen diese box ist da wird dann das hauptgebäude hin kommen und das wird auf jeden fall auch ziemlich lang ausfallen warum lang ganz einfach weil ich links und rechts daneben dann auch hingehe und mir die da oben hin macht und das wird auch gleich so geplant dass es auf jeden fall blöcke gibt entweder glas blöcke oder blöcke so dass die auch nach unten gehen das heißt wenn dann eventuell ich noch mehr felder brauchen sollte könnte ich sogar dann tief in die erde mit reingehen weil ich glaube die gehen dann fünf blöcke in jede richtung geben die dann licht ab so aber wir sehen auf jeden fall schon mal die anfänge und das ist doch schon mal schön dass wir dann hier sozusagen unsere unsere kleine base bauen wie gesagt und so ähnlich schaut es dann irgendwann auch da hinten aus dass dann ist das gegen das der gegenpol wird ja falls die dann auch auf der anderen seite hoch kommen soll es hin dass das ein bisschen symmetrisch ausschaut und das mit dem loch schaut gar nicht mehr so schlecht aus finde ich da vielleicht noch eine kleine kante mit rein da hinten dann auch noch ein gewölbe so genau so aber wir sind am ende der folge angekommen vor allem jetzt ist schon wieder 10 u 42 das heißt wir müssen demnächst jetzt dann hingehen und sagen wir gehen noch mission machen dass wir noch ein bisschen leveln dass wir noch ein paar schöne sachen bekommen weil wir brauchen ja bücher 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 das muss ich dann ausgraben und dann nochmals schauen dass ich noch zwei schöne missionen krieg um äußer zu klären genau und wie gesagt wenn ihr fragen anregungen habt wie immer rein in die kommentare und wir sehen uns nächste mal bis dahin ciao ciao Bis zum nächsten Mal.